Sehr geehrte Damen und Herren, die meisten Menschen haben bereits für ihren Ruhestand vorgesorgt, mit Eigenheim, Bank und Versicherungsprodukten. Trotzdem rechnen Experten damit, dass nahezu 75 Prozent der durchaus auch vermögenden Menschen im Alter regelrecht verarmen werden. Die Ursache hierfür ist, dass bei den meisten Planungen und in den Beratungen drei nahezu überlebenswichtige Punkte nicht berücksichtigt werden. Erstens das Langlebigkeitsrisiko. Die zugrunde liegenden Angebote und Berechnungen enden meist mit dem voraussichtlichen Rentenbeginn und der dann wahrscheinlich erreichten Rente oder der voraussichtlichen Kapitalauszahlung zu diesem Zeitpunkt. Wie lange jedoch dieses Geld eine ausreichende Rente ermöglicht, bleibt unbehandelt. Das Langlebigkeitsrisiko wird verschwiegen. Punkt 2 Inflation und Steuern. Die kalkulierten Renten werden im Laufe der Zeit durch die mögliche Inflation und die zu bezahlende Steuer immer weniger reale Kaufkraft bringen und oftmals bis zum heutigen Hartz-IV-Niveau sinken. Punkt 3 zusätzlicher Kapitalbedarf. Darüber hinaus berücksichtigten die meisten Anleger im Vermögensaufbau nicht ausreichend den langfristig immer wieder zusätzlich bestehenden und wachsenden Kapitalbedarf für zum Beispiel die Erhaltung des Eigenheims, den wachsenden Aufwand für Lebensqualität, den kommenden Aufwand für Unabhängigkeit und Mobilität sowie Pflege- und Gesundheitskosten. Die Folge viele Menschen, die heute glauben, ausreichend versorgt zu sein, wird im Alter regelrecht das Geld ausgehen. Spätestens mit dem geplanten Rentenbeginn wird Ihr Vorhandenesvermögen entweder ausreichen für Ihre finanzielle Unabhängigkeit bis ins hohe Alter oder Sie werden empfindliche Einbußen in Ihrer Lebensqualität und Unabhängigkeit hinnehmen müssen. Als Ruhestandsplaner ist es meine Verantwortung, die finanzielle Unabhängigkeit meiner Mandanten bis ins hohe Alter zu sichern. Wir zeigen unseren Mandanten genau und verständlich auf, wie lange der gewünschte Lebensstandard im Alter erhalten werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, die gewünschte Unabhängigkeit im Ruhestand zu gewährleisten. Nutzen Sie unser Geschenk. Füllen Sie den nebenstehenden Wertcheck interaktiv aus und senden Sie ihn einfach an die angegebene E-Mail-Adresse zurück. Sie erhalten zwei Stunden Expertenzeit für Ihre persönliche und individuelle Ruhestandsplanberechnung. Hier erfahren Sie, wie es um Ihre persönliche Unabhängigkeit im Ruhestand bestellt ist. Holen Sie sich Klarheit und Gewissheit, Bevor gegebenenfalls auch Sie ein Opfer der Altersarmut werden.